It's your boy, CSGO Podcast, man. Das heutige Thema wurde sich von vielen Seiten gewünscht und auch schon seit langem gewünscht. Und zwar geht es um die Tradesperre, die Valve vor einem Jahr eingerichtet hat. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das war noch 2018. Ja, Februar oder März oder so war das. Seitdem gibt es ja diese 7-Tage-Tradesperre auf Items, wenn man sie kauft oder geschickt bekommt. Wie auch immer, wenn man sie eben irgendwie erhält. Das Geschrei war dann natürlich groß, denn die ganze Gambling-Geschichte ist dann etwas ins Stocken geraten. Weil diese Gambling-Seiten eben sehr frequent mit diesen Skins hantiert haben. Man hatte Bots, die automatisch alles gemacht haben und gerade die Geschwindigkeit war dabei sehr wichtig. Damit eben diese ganzen Spielereien und Geschichten funktionieren, die betrieben wurden. Das hat einen leichten Schlag abbekommen oder einen harten Schlag. Manche Seiten sind, glaube ich, auch komplett zugrunde gegangen. Und dann kamen dann aber wieder, beziehungsweise einige Seiten, haben sich halt erstmal umstellen müssen, bevor sie weitermachen konnten. Ja, und da fragen wir uns natürlich alle, was ist da passiert? Warum wurde das überhaupt so gemacht? Was hat sich Valve dabei gedacht bei dieser Entscheidung? Und haben die Leute da zu Recht sich aufgeregt über Valve, beziehungsweise über das Update? Oder haben da viele gar nicht richtig mitgedacht? Diesbezüglich meine Gedanken. Los geht's! Also, wir wissen ja alle, dass mit diesen Skins nicht nur getradet, sondern eben auch geglücksspielt wurde. Also es gab viele Gambling-Seiten, auf denen sich sehr viele Menschen rumgetrieben haben und auf denen eben Glücksspiel betrieben wurde. Und diese Skins sind die Währung gewesen oder sind nach wie vor die Währung. Alleine an der Stelle müsste eigentlich schon jeder denken, okay, das ist ja gar nicht so gut. Denn es gibt sehr viele Teile oder Bereiche auf der Welt, auf denen Gambling überhaupt gar nicht erlaubt ist. Das heißt, alleine da gab es sicherlich schon Ärger, weil die Leute gambeln im Internet mit den Skins, die sie von Valve bekommen, obwohl es eigentlich gar nicht erlaubt ist. Was der schlimmste Punkt bei der ganzen Sache war, und ich denke, das hat auch jeder mitbekommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand die Augen vorverschlossen hat, war, dass extrem viele Minderjährige gegambelt haben. Oder, wie ihre Eltern sagen würden, zum Gambeln hingeführt wurden durch Valve. Das ist der Punkt, das ist eigentlich schon der ausschlaggebende Punkt, warum das nicht weitergehen konnte. Stellt euch mal vor, euch wird vorgeworfen, dass ihr Kinder dazu verführt, Glücksspiel zu machen. Es gab zigtausende Fälle von Minderjährigen, die extrem viel Geld verloren haben bei dieser ganzen Sache. Weil ja auch manche Seiten nicht unbedingt ultra legend waren oder sind. Das heißt, das Kind schnort sich die Kreditkarte von den Eltern, kauft sich schön ein online, ne, kauft sich Skins und pipapo und Guthaben auf den Seiten. Gambelt da vor sich hin und die Eltern gucken dann irgendwann auf ihre Abrechnung und sehen halt tausende von Dollar, die davon geregnet sind, weil das Kind schabernack getrieben hat. Und das Schlimme ist, es ist noch nicht mal schwierig. Also es gibt keine Abfrage. Jeder kann sich einen CSGO-Account machen, jeder kann sich einen Steam-Account machen und dann CSGO dazu kaufen, beziehungsweise mittlerweile CSGO kostenlos erhalten. Ich meine, früher, da musste man immerhin noch, ich sag mal im Schnitt, 10 Dollar bezahlen oder wie viel es eben auch war. Ich weiß es nicht. Ich habe damals CSGO, als es released wurde, halt zum Vollpreis gekauft. Ich weiß, dass es zwischendurch manchmal runterfiel auf 5 Dollar oder sowas im Sale, also im Steam-Sale. Außerhalb von Steam gab es das sicherlich noch günstiger. Ich habe mal was von 2 Dollar gehört oder 1 Dollar auf irgendwelchen russischen Seiten. Aber ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich die meisten im Schnitt 10 Dollar dafür bezahlt haben. Und ja, immerhin musste man sich das Ding kaufen, aber selbst da werden Kinder ja mittlerweile nicht mehr aufgehalten. Die holen sich eine Paysafe-Karte oder so und kaufen sich den Scheiß. Und das war es dann auch schon. Es gibt keine Überprüfung. Mag sein, dass es vielleicht Seiten gab, bei denen man erstmal seinen Personalausweis hinschicken musste. Das kann natürlich sein, das will ich nicht verneinen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es extrem viele Seiten gab, auf denen das nicht der Fall war oder ist. Da meldet man sich mit seinem Steam-Account an und kann loslegen. Und das bedeutet, dass Valve, da sie den Grundstock dafür liefern, nämlich die Währung, die Skins, das bedeutet, dass Valve eben daran schuld ist, auch. Dass die ganzen Minderjährigen gegambelt haben, dass sie gambeln konnten, weil Valve eben diese Skins für alles und jeden zur Verfügung stellt. Und das war der Knackpunkt, der riesige Knackpunkt. Das durfte nicht sein. Es gab ganze Gruppierungen von Leuten, irgendwelche besorgte Eltern und bla bla bla, natürlich die meisten in Amerika, die dagegen vorgegangen sind. Und so ein Rechtsstreit kann extrem unangenehm werden für eine große Firma. Also wirklich höchst empfindliche Geschichten werden da attackiert, wenn halt sowas eben genauso geführt wird. Ihr seid schuld, dass unsere Kinder glücksspielsüchtig sind oder sowas. Das Ganze ist ja auch nicht nur beim Gamblen geblieben, also bei dem ganz normalen Standard-Gambling, sondern da wurden ja zig, hunderte verarschend durchgeführt, ganz viele Seiten haben Leute gescampt. Es gab YouTuber, die eigene Gambling-Seiten aufgemacht haben, dann irgendwelche Videos gemacht haben, bei denen sie sehr, sehr hohe Gewinner eingefahren haben, um eben die ganzen Kinder zu locken. Denn gerade Kinder lassen sich von sowas extrem blenden. Das kennt man ja auch von anderen YouTubern, die halt Kinder-Content machen, also nicht Kinder-Content, sowas wie Thomas die Lokomotive fährt übers Land, sondern diese Bling-Bling-in-euer-Face-Kram-Videos, ja, wo die ganzen anderen Zwölfjährigen den Elfjährigen zeigen, wie viele Autos sie schon haben wegen ihrem YouTube-Einkommen und so weiter. Kinder lassen sich extrem leicht von sowas beeindrucken und natürlich ist das das Gleiche mit CSGO-Skins. Wenn man sieht, dass da wertvolle Skins bei rumkommen auf einer Seite, dann gehen die ganzen Kinder hin und mit Kindern meine ich jetzt halt alle unter 18 und meinen, sie können da auch dicke Gewinne einfahren und sowas ist nicht erlaubt. In Deutschland und in vielen anderen Ländereien ist es Gambling ab 18, also wenn es überhaupt erlaubt ist, ist es Gambling, also Glücksspiel ab 18, aber in anderen Ecken der Erde ist es auch ab 21. Alleine da ist ja auch nochmal ein Unterschied, hätte man das irgendwie so machen wollen, hätte man das auch dementsprechend regulieren müssen von Land zu Land. Also das ist ein riesiger Clusterfuck und Valve hockt mittendrin und ihnen wird vorgeworfen, ihr seid an allem im Kern schuld. Und das ist einfach ein riesiger Scheißsauffen, an den natürlich auch wieder keiner gedacht hat. Alle sagen sich, ja, die wollen doch nur Geld. Was glaubt ihr, wie viele Gewinne Valve verloren hat dadurch, also durch diese Tradesperre? Wie viele Gewinne aktuell und wie viele Gewinne potenziell verloren gegangen sind? Wie viele Millionen an neuen Usern dann doch nicht mehr kommen? Wenn ich so drüber nachdenke, ist Counter-Strike Global Offensive das einzige Spiel, bei dem die Skins wichtiger sind wie das Spiel. Es gab sicherlich Millionen von Menschen, die sich das Spiel nur gekauft haben, um mit den Skins rumdödeln zu können. Ich glaube, es gab irgendwann ein Update 2016 oder 2015, durch das man dann auch ohne CSGO-Account Skins kaufen konnte. Ich weiß nicht, inwiefern das wichtig war für diese ganzen Gamble-Seiten, dass man CSGO hatte, ob die danach gefragt haben oder ob man das halt einfach haben musste. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also es gab Millionen von User, die mit den Items von CSGO rumgespielt haben, aber nicht das Spiel. Und ich glaube, Global Offensive ist das einzige Spiel, bei dem das so ist. Bei dem die Skins größer sind als das Spiel. Zumindest für manche User. Und was glaubt ihr, wie viele User dann abgesprungen sind mit diesem Update? Beziehungsweise wie viele potenzielle User jetzt doch nicht mehr kommen? Also wer da mit irgendwelchen Schmarrn kommt, von wegen, ja die wollen die Gewinne für sich alleine haben, ist einfach ein Vollidiot. Das war für Valve sicherlich ein schmerzliches Update oder eine schmerzliche Änderung, die sie durchführen mussten. Natürlich verdienen sie nach wie vor an der ganzen Sache. Aber mit dem Gambling haben sie viel mehr verdient wie ohne. Jedem, der bis drei zählen kann, müsste klar sein, dass das ein ordentlicher Schnitt in ihr eigenes Fleisch war. Aber sie mussten es machen. Sie mussten auf irgendeine Art und Weise reagieren, beziehungsweise zeigen, dass es für sie nicht in Ordnung ist, was da passiert. Dass sie nicht dahinter stehen, dass Kinder und Jugendliche mit ihrem, ja mit ihrer Unterstützung mehr oder weniger das Glücksspiel anfangen und dann vielleicht sogar süchtig werden. Man musste da was machen. Es gab sicherlich verschiedene Wege und ich denke, der eingeschlagene Weg ist der Weg, der dennoch zeigt, was sie wollen oder was sie nicht wollen und der aber trotzdem zugleich vieles einfach so belässt, wie es ist. Man hätte zum Beispiel alle CSGO-Items entfernen können, von heute auf morgen. Zack. Das heißt, jeder Steam-Account, der CSGO-Items hat, hätte dann keine mehr. Das hätte sicherlich Mord und Totschlag zur Folge gehabt. Darum war das schon mal keine Option. Und dann müssen sie weiter überlegen, wie drücken wir das denn noch aus, dass wir das nicht in Ordnung finden. Schreiben wir einfach einen Brief an den Senat oder irgendeinen Scheiß? Oder schreiben wir in unser Hauptmenü, hey, ihr müsst aber 18 sein und wir schreiben alle Skin-Seiten, Gambling-Seiten an, dass die ganz sicher eine Datenabfrage machen müssen und so weiter. Da zeigt ja jeder den Vogel und sagt, ja, Pipapo, Worte kann jeder sprechen oder schreiben. Es musste aber eine Handlung kommen. Sie musste zwingend kommen. Und das war nun mal eben einfach diese Trade-Sperre. Hinsichtlich Gambling ist die Trade-Sperre nicht optimal, beziehungsweise sie verhindert das Gambling nicht, denn viele Gambling-Seiten laufen nach wie vor. Die ganze Sache kann man recht leicht umgehen, indem man eine eigene Währung auf seiner Gambling-Seite hat. Die Skins stehen zwar dahinter, aber man muss die Währung auffüllen und das wird dann über ein gewisses System eben mit den Skins abgeglichen und so weiter. Das ist dann nicht schlimm, wenn die Skins noch gar nicht da sind. Solange man weiß, dass sie auf dem Account sind, man kann den Account ja auslesen, dann, ihr wisst, was ich meine, dann kann die ganze Gambling-Geschichte dennoch so laufen. Auch im Vorfeld war es ja bei vielen Gambling-Seiten schon so, dass die Skins gar nicht wirklich da waren. Man hat um irgendwas gegambelt, was überhaupt nicht vorhanden war, sondern dann erst gekauft werden musste, sobald der Spieler was gewonnen hat und so weiter und so fort. Es hat sich nicht allzu viel verändert, aber Valve hat mit diesem Update gezeigt, dass es für sie nicht in Ordnung ist, was da passiert und dass sie auch nicht dahinter stehen, dass sie dagegen sind. Und das ist eigentlich alles, was sie zeigen mussten. Ach und hier mal so zwischendrin, Leute, heute ist wieder Livestream. Ab 18 Uhr geht's los, kommt dran. Er läuft jetzt schon, also während ihr gerade das hier hört, läuft der Livestream. Ich habe, sofern ich dran gedacht hab, den Livestream-Link direkt als ersten angepinnten Kommentar in die Kommentare gebollert. Also klickt einfach mal drauf, schaut mal rein. Macht Spaß, macht Spaß, Kinders. Zack, bumm. Wahrscheinlich spielen wir gerade Counter-Strike oder sonst was. Es gibt Viewer Games, Giveaways und so weiter. Pä, 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 kommt vorbei. Livestreams gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Man hätte sicher noch viele andere Dinge machen können, zum Beispiel eben Abkommen treffen können mit diesen Gambling-Seiten, aber Dritte dazu zu bringen, etwas zu machen, ist extrem schwierig. Vor allem in diesem Bereich, es gab so viele shady Seiten, die irgend so eine Hans-Wurst alleine aufgezogen hat und sobald ein paar Gewinne reinkamen, direkt wieder geschlossen hat und so weiter und so fort. Und man konnte das nicht weiterhin so laufen lassen, musste eben einfach was unternehmen. Die meisten Fragen hinsichtlich dieses Themas, die an mich gestellt wurden, waren jetzt nicht nur, wie ich es eben so finde oder was ich glaube, warum es passiert ist, sondern was ich davon halte. Beziehungsweise ob es mich beeinträchtigt. Ich beantworte erstmal letzteres. Also mich beeinträchtigt es eigentlich gar nicht. Ich gamble ja nicht, das wisst ihr. Ich bin auf keinen externen Seiten unterwegs. Wenn ich auf Skinbaron was einkaufe, dann sind diese Skins ja schon da. Beziehungsweise ich habe auch kein Problem damit, wenn ich halt sieben Tage warten muss. Das ist mir eigentlich völlig egal. Ich bin kein ungeduldiges Kind. Ich muss den Kram nicht sofort haben. Und ja, ich benutze die Trade-Funktion ja eigentlich nur, um euch eure Skins zu schicken, die ihr halt bei den ganzen Giveaways gewinnt. Und da ich zu 98, 99 Prozent immer nur die Skins auswähle, die schon eine Weile auf meinem Account liegen, also das heißt, die auch sofort tradbar sind, habe ich auch überhaupt kein Problem. Ich komme mit dieser Trade-Sperre nur in Berührung, wenn wir diese Giveaways machen, bei denen ihr auf eine Kiste wettet und der Gewinner wird gezogen. Es ist dann Gewinner X und dann öffne ich die Kiste und der Gewinner bekommt das, was aus der Kiste rauskommt. Darauf ist halt dann diese sieben Tage Trade-Sperre, aber da muss der Gewinner halt auch warten. Was soll's. Also mich tankiert das nicht wirklich. Und wenn mir jemand schreibt, hey, ich schicke dir jetzt bald ein Skin oder irgendwas, aber es dauert noch vier Tage, dann sage ich, okay, läuft. Dankeschön. Schon mal im Vorfeld, ne, und das war's. Also ich habe mit dieser Sache hinsichtlich der eigenen Nutzung keine Probleme. Dennoch trifft mich dieses Update auch, denn durch dieses Update ist eben Counter-Strike auch ordentlich gefallen, hinsichtlich YouTube und Twitch. Und das merke ich natürlich als Creator, ganz klar. Wenn das Spiel, auf das man sich so ein bisschen gestützt hat, auf einmal wegfällt, dann ist es halt einfach nicht mehr da. Da ist es nicht mehr dieser Magnet, den man hatte, um neue User anzuziehen. Ja, das ist so die einzige negative Sache, die die Geschichte für mich hat, aber sonst läuft's. Übrigens ist der Gewinner des letzten CSGO Skin Giveaways, JKGO. JKGO. Natürlich interessiert es mich auch wieder, wie ihr davon denkt. Also vor allem, wie ihr jetzt davon denkt. Ich weiß, dass es viel Rage gab, deswegen, ich denke, wenn man sich Gedanken darüber macht, also warum diese Entscheidung getroffen werden musste, dann sollte man eigentlich nicht mehr so in Rage sein. Denn es gab nicht so viele andere gute Wege, um die ganze Sache zu lösen. Es hätte bestimmt noch bessere gegeben, aber die fallen mir jetzt auch nicht ein. Und möglicherweise, das wissen wir nicht, gab es auch Zeitdruck. Ja, also wenn man auf einmal einen Brief vom Gericht bekommt oder von sonst was, wo es heißt so, ihr werdet jetzt angefestet, weil ihr Kinder dazu verführt, Glücksspiel zu betreiben, oder weil ihr Kinder bereits süchtig danach gemacht habt, dann muss man in die Pötte kommen und auch mit einer, ja, mit einer Antwort darauf rumkommen. Und sowas kann mit Unterhaltern auch schnell gehen. Das muss man, finde ich, immer im Kopf behalten. Man kann sich nicht einfach erstmal über was aufregen, beziehungsweise man kann das schon. Ich will hier überhaupt niemandem das Recht geben, sich aufzuregen. Ich reg mich auch auf. Also ich reg mich auch über Dinge auf, über die ich dann im Nachhinein mich anders äußere. Aber zuerst reg ich mich für mich selbst schon auf. Es gibt Kommentare, die ich lese und ich denke mir nur, Alter, du Dreckbock. Aber ich antworte dann erstmal nicht, ne, sondern ich lasse es dann erstmal sacken und dann lese ich es mir nochmal in Ruhe durch mit angeschaltetem Kopf und überlege halt genau, was in diesemjenigen überhaupt vorgeht, warum er das schreibt. Und wenn ihr genau das macht, wenn ihr euch jedes Mal in die andere Partei hineinversetzt, erstmal, bevor ihr reagiert, also bevor ihr öffentlich reagiert oder dieser Person oder Partei gegenüber reagiert, dann kann man meistens sich sehr viel Ärger sparen. Denn Ärger ist auch eine Sache, die einen selbst kaputt macht. Und wenn man ärgerlich antwortet, dann kriegt man meistens eine weitere ärgerliche Antwort zurück. Und das ist dann wie Selbstvergiften. Deswegen regt euch gerne so viel auf, wie ihr wollt, aber tragt es am besten nicht nach außen, überlegt, fokussiert, reflektiert, analysiert und schreibt dann oder und sprecht dann, wie auch immer, aus, was ihr denkt. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich denke, es ist ausreichend behandelt. Man könnte die ganze Sache sicherlich auch noch tiefer angehen und wirklich jetzt einzelne Seiten rausnehmen und Ideen und hin und her. Aber ich denke, dass der Stream gleich ist. Ich habe keine Zeit. Sorry, mach's gut. Ciao, ciao. Gott, klang das Gänge, Alter. What?